hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ios 13 unterstützt jetzt auch game controller und zwar von der playstation und von der xbox ich habe hier meinen playstation 4 controller und das ganze funktioniert auch mit dem xbox controller und ich zeige euch jetzt wie ihr die controller mit euren geräten verbinden könnt das funktioniert bei dem iphone bei dem ipad und auch bei einem apple tv voraussetzung ist ios 13 muss drauflaufen und dann kann man die ganz standardmäßig hier mit koppeln und dann auch spiele damit spielen und das ganze geht folgendermaßen ich gehe mal hier in die einstellungen rein aktiviere bluetooth auf meinem gerät dann halte ich hier auf meinem playstation controller einmal die playstation taste und die teilen taste also share hier gedrückt und erwarten einen kleinen moment und wenn es dann hier anfängt zu blinken dann gehe ich noch mal hier in die einstellungen rein sehe dann hier dual shock 4 controller tipp einmal drauf und der ist verbunden und das war es auch schon allzu viele spiele die das unterstützen gibt es aktuell noch nicht aber hier zum beispiel wenn playstation arcade kommt der streaming dienst die spiele werden alle die controller hier unterstützen aber eins habe ich auf jeden fall schon mal gefunden das geht und das wäre hier real racing 3 deswegen öffne ich die spiele app mal eben flott und wir testen das einmal aus so da hinten seht ihr läuft das spiel und ich steuere jetzt hier alles über meinen playstation controller ihr seht ich habe hier so einen cursor den ich auch bewegen kann hier für die menüs und ich kann dann hier mit dem cursor durch die ganzen funktionen durchfahren ich fahre jetzt einfach mal ein kleines rennen um euch das zu demonstrieren richtig cool ist das natürlich auch wenn man einen apple tv hat und damit wird das ding dann endgültig mit dem streaming dienst zur spielekonsole und das ist auch genau der grund warum apple das hier macht also ich finde es richtig cool und ja jetzt muss hier noch ein update geladen werden und dann fahren wir mal eine runde und während wir warten kann ich euch noch kurz sagen wie das bei dem xbox controller funktioniert da drückt ihr einmal diese xbox taste auf dem controller und auch dort gibt es einen teilen button und den haltet die einfach nur gedrückt und dann ist der controller bereit zum parent ihr verbindet ihn und könnt ihn dann genauso benutzen genauso wie hier den playstation controller cool so und los geht's und ihr seht ich linke hier nur mit meinem dualshock controller und das klappt ganz wunderbar richtig cool sache also jetzt könnt ihr hier mit dem playstation controller dann auch spielen besonders cool natürlich einmal hier für solche rennspiele aber auch für shooter games zum beispiel die ford night oder gibt ja eine ganze menge shooter games gott ich bin lange nicht gefahren auf jeden fall hier seht das funktioniert hier ganz hervorragend das finde ich richtig cool früher hat man ja immer extra game controller gebraucht die man hier verbinden konnte wieso der games hier controller den ich schon mal gezeigt habe gott oh gott ich kann hier überhaupt gar nicht mehr auto fahren das geht jetzt hier alles ganz nativ ich kann hier auch die ansicht verändern und wenn ich noch fahren könnte wie ein ordentlicher mensch dann könnte man das hier auch noch wunderbar sehen hier ist die bremse okay ich habe die bremse vergessen also der beschleunigt hier automatisch und ich muss natürlich dann auch noch mal bremsen führen die kurven hier rein zu gehen sehr schön sehr schöne sache finde ich richtig cool wie gesagt ihr braucht dafür für ios 13 das geht ab der beta 1 oder natürlich auch bei den höheren versions nummern davon so leute und das wäre es schon gewesen für dieses kurze video ich spiele jetzt hier noch mal eine runde fertig und vielleicht dass ich auch noch mal ein bisschen besser werde also viel spaß beim spielen wenn ihr ios 13 installiert habt bis zum nächsten mal nach verdammt macht's gut und 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 Untertitelung des ZDF, 2020